Ich habe mir kein Glück mit der Speicherkarte heute. Also, ich rede jetzt nochmal über meine Mutter und ich hoffe irgendwie öffentlich jetzt auch zum letzten Mal. Also, meine Mutter hat in den Jahren 1985, 1986 in der Ritze gearbeitet, als Bardame. Hat noch in einem anderen Lokal gearbeitet. Das kriege ich jetzt nicht mehr so hin. Das weiß ich nicht, da war ich nämlich noch klein. Ja, dann kann ich noch erzählen, dass sie in der Hafenstraße gearbeitet hat, am Onkel Otto. Und ja, das wollte ich jetzt mal so erzählen. Da ging es dann, glaube ich, noch um Stahlsruf. Also, meine Mutter kannte damals schon Politiker, die auf dem Kiez ein- und ausgingen. Ja, deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und ja, ich melde mich dann mal wieder. Ich weiß nicht, ob ihr hier noch euren Gasometer-Tachometer braucht oder die Virologie. Weil sie gehen ja hier gerne gerade mit Hasso ein- und aus. Wisst ihr eigentlich, wer Hasso ist? HA steht für Hospizarbeit. SS für SS. Und das O für den Kreis. Also, ich brauche Hasso hier nicht. Brauchst sonst so jemanden Hasso? Man sieht sich. Bis dann. Ich brauche. Ich brauche. Vielen Dank.